Hallo und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival mit der Version 0.4.0.3 mittlerweile. Heute am 12.8. ist es bei mir mit der Moment 16. Folge. So, Standardinfos sind wieder raus. Da ist die Rachel. Wir sind an Tag 10 und ich glaube die Rachel hat ein paar Physic Engines bekommen, die sie glaube ich vorher nicht hatte. Und ja, die Rachel, natürlich kann die Sachen ausrüsten. Habe ich nicht dran gedacht. Zack. Äh, zack. Das will sie nicht. Das Messer würde sie nehmen, immer an etwas. Sie hat Einschussmunition. Früher war es immer so, Einschuss würde reichen. Die verbrauchen das nicht dauerhaft, sondern wirklich Einschuss würde reichen, damit sie damit dauerhaft schießen kann. Und sie möchte speziell eine Würfel haben. Die kann ich ihnen nicht geben, weil ich habe selber nur eine und das ist meine. So, ne was habe ich heute vor? Abgezündet vom Aufräumen. Ähm, so. Insofern sie mal weg geht. Guckt mich nicht an. Danke. Ähm, irgendwie ist die Maus sensibler als vorher, habe ich das Gefühl. Gerade ist reingestartet im Spiel. Ähm, was ist mit der Version 0.4.0.3 hinzugekommen? Soweit ich das verstanden habe, wo irgendwie nur ein paar dateispezifische Sachen, also das wohl, ähm, wenn man im neuen Gebiet... Sag mal, was ist denn mit der Maus hier? Wenn man im neuen Gebiet gespawnt ist, dass dann wohl einige Texturen oder einige Landschaften gar nicht geladen haben. Das wurde wohl gefixt. Also im neuen Gebiet manche jetzt die Farm. Und... Einmal auch... Achso, ist das mittlerweile machbar? Nö. Und einmal auch die Savegame-Datei. Die wurde wohl deutlich verkleinert. Und die soll dann wohl jetzt, nachdem man das erste Mal neu geladen hat, dann wohl komprimierter sein. Weil es hat wohl irgendwie stellenweise sehr lange gedauert mit dem Laden. Kann ich auch bestätigen. Das ging jetzt auch deutlich schneller. Äh, was soll ich hier eigentlich? Ne, das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Das hier auch nicht. Wo kann ich denn? Kann ich gar nicht. Doch, hier. Ist bei 10%. Das sind keine 10%. Hat er da was verschlimmbessert? Ne, wo war das jetzt? Verdammt. Ah! Hier. Ich bestätige nochmal auf 10%. Vielleicht hat er da irgendwas... Continue. Es ist ultrasensibel. Ich weiß nicht warum. Tut mir leid. Das muss jetzt einfach mal sein. Geh mal runter auf 5%. Schon angenehmer. Gut. Äh. Warum bin ich hier drin? Ach, genau. Noch mal schnell das Inventar aufräumen. Und dann, bevor wir uns dran machen, zu versuchen, bei der Empty Base eine Base einzurichten, habe ich mir überlegt, gibt es ja noch vorm Tunneleingang noch das Banditencamp. Und da ist ja meiner Erinnerung nach auch immer nochmal die Möglichkeit, ähm, einen NPC zu finden. Und das würde ich sehr, sehr gerne machen heute. Ich habe hier noch Weapon Parts. Ganz normale Weapon Parts. Aber habe ich hier schon wieder oder immer noch diesen Bug? Weil das wäre jetzt langsam aber sicher echt mal blöd. Oder kann es sein, dass die Weapon Parts nur fürs Reparieren da sind? Eine Möglichkeit noch. Äh, Harvest. Leider nicht. Hm. Legen wir erstmal hier rin. Mal kicken. Vielleicht wird da irgendwann mal was draus. Keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich. Wie gesagt, heute ist der 12. Äh, der 12.8. Ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was wir heute noch tun wollen. Wie immer. Deswegen räume ich jetzt hier auf und, äh, hab dann wie gesagt vor, mit euch zusammen... Ach, die habe ich vergessen hochzulegen. Ähm, mit euch zusammen dann rüber zu maschinen zu dem anderen Camp. Dass wir das mal einfach noch versuchen zu plätten. In der Hoffnung, dass da der Scott drin ist. Genau, darauf wollte ich hinaus. In der Hoffnung, dass da der Scott drin ist. Und wenn der Scott da drin ist, dann nehmen wir natürlich gleich mit nach Hause. Damit der uns schon mal anfängt, schön ordentlich Holz zu schlagen. Was wir nämlich für die neue Base brauchen werden. Da habe ich noch Whirlfield Amor. Da habe ich die noch nicht durchgeladen. So, hier noch ein paar Components. Ich habe keine Ahnung mehr, warum ich die jetzt noch im Inventar hatte. Aber ich nehme mal an, das war eigentlich nur, weil wir gelootet haben, ne? Wie die Weltmeister. Oh. Dann kommst du einfach hier hin. Äh, Brokkoli. Was mache ich jetzt mit dem Brokkoli? Ich kann nur mit Brokkoli alleine nicht verantworten. Sag mal, verschwinden jetzt hier ständig Sachen bei mir? War doch gerade da Zucker drin? Sag mal. Okay. Gut, hier sind wenigstens noch Sachen drin. Okay. Achso, das wollte ich ja mitnehmen, das Zeug. Hm. Ja, was machen wir jetzt so? Jetzt legen wir erstmal hier hin. Brokkoli. Okay, vielleicht haben wir noch Glück und finden noch eine Möhre oder sowas. Oder was brauchten wir nochmal? Kartoffeln und zwei Möhren. Und nochmal Brokkoli. Mal gucken. Es ist schon 13,26. Ist die Frage, sollten wir vielleicht doch lieber hier zu Hause noch irgendwas fertig machen, bevor wir dann irgendwas anderes probieren? Na, hoch da mit dir. Oh, herrlich hier, oder? Mit dem Hocker. Schön hier direkt an den wichtigsten Kisten dran. Ach, das sind ja nur Fragmente, ich depp. Stimmt. Ähm. Hm. Guck mal nach. Lad die mal durch. Stimmt, ich hab die nämlich nur aufgesammelt und nicht gleich durchgeladen. Okay. Und nochmal reinhüppen. Ihr merkt, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich muss erstmal wieder hinkommen, äh, äh, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben bin. Tut mir leid, na der Stelle. Nächstes Mal bereite ich mich vor. So, nee. Hier waren Nachkampfwaffen. Genau. Fragmente hatte ich unten. Die Sachen nehmen wir mit. Ich hab eigentlich den Medizinschrank gesucht, aber da fällt mir jetzt gerade ein. Wir haben den unten eingerichtet. Stimmt. Der hatte ich ja umgeräumt. So. Und dann haben wir hier noch ein Duct Tape. So. Herrlich viel davon mittlerweile. Und nochmal Fragmente. Wunderbärchen. Fand ich denn schon. Nee, wenn dann nicht hier dran, sondern. Nee, hier auch nicht. Ah, nee, es war ja in der Reload-Band. Stimmt. So, Köcher hatten wir schon. Pfeilspitzen haben wir jetzt auch. Das ist doch eigentlich schon mal eine Idee. Der Rachel zu sagen. Dass die schon mal Pfeile für uns herstellen soll. Meine viele sind es nicht, aber immerhin. Dann haben wir es ja schon mal in der Produktion. Bämsele. Stimmt mir leid. Ich habe ihn letztens wieder geguckt und deswegen mache ich ihm schon erst ständig nach. Ich weiß, das macht man nicht. Ach Quatsch, ich bin da falsch. Ich merke schon, was ein paar Tage ausmachen bei mir. So, jetzt aber hier. Zack. Nee. Brandpfeile, ja, probieren wir nochmal aus. Vielleicht sind die sogar effektiv gegen diese Spucker und vielleicht sogar gegen den Tank. Mal gucken. Aber beim letzten Mal hatten sie ja einfach mal gar keinen Effekt. So, hier. So viel lieber möglich. Na ja, immerhin. Und das soll dann jetzt bitte die Rachel machen. Die noch ihr altes Bild hier hat, wie ich gerade sehe. Hat das schon eine vollkommen andere Frisur. Und was ich mich immer noch frage. Halt. Sorry. Wir sehen da Lebensanzeige, Hungeranzeige, Müdigkeit und Durstanzeige. Wann kommt das? Und inwiefern können wir dafür sorgen? So. Wir haben tatsächlich wieder zu wenig Federn gehabt. Aber gut. Pfeilspitzen. Ja, okay. Könnte man auch nochmal dafür sorgen. Habe ich die jetzt weggeschmissen? Ja, natürlich. Warum auch nicht? So. Sticks brauchen wir erstmal so schnell. Keine, das steht fest. So. Wir laden nochmal alles durch. Ist schon. Ne, ist es nicht. Dann die drei nochmal. Ähm. Hallo? Drei? Drei. Jetzt so. Ist irgendwie ein bisschen buggy heute. Ich weiß nicht warum. Ist schon durchgeladen. Gut. Das machst du aber fein. Äh, warte mal. Wie viele habe ich dir gesagt? Öff. Gut. Das kann nicht deckt werden. Nicht, dass es mir dann wieder in der Hauswand deckt. Wollte ich jetzt hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben alles. Ja. Wir trinken. Mieter, okay. Einmal was essen. Kleinigkeit wenigstens. Hier nochmal zwei. Wenn ich mich jetzt nicht zu blöd anstelle, schaffen wir es noch heute, das ganze Ding auszunehmen. Achso, apropos das ganze Ding auszunehmen. Ist mein Auto leer? Ich glaube ja, ne? Aus dem Camp hatten wir ja alles nur im Inventar gehabt. Äh. Vorsicht, selber. Aber wir kennen ja die Dumpfbacke. Sieht schon mal grundsätzlich gut aus. Komm, die haust du dir auch noch hinter. Damit die endlich wieder mal weg sind. Da geht das los. Dann düsen wir rüber. Kurz vorher nochmal speichern, natürlich. Falls mir wieder irgendwas ganz dämliches passieren sollte. Weil. Wer hat sich noch erinnert. Manchmal sitzt da auch ein Sniper am Turm drin. Ja. Ich muss gestehen, ich habe diesmal nach dem Update nicht neu installiert. Weil mir heute einfach die Zeit dazu fehlt. Ich muss heute noch Anno weiter aufnehmen. Damit ihr auch wirklich wieder einen neuen Stuff bekommt. Oh. Hier ist meine bekannte Ausfahrt. Eine bekannte, nicht bekannte, sondern beliebte. So. Mir selbst gefällt sie. Wenn wir dann endlich den Scott haben. Ich hoffe, der ist da drinnen. Nicht, dass der wieder oben im dicken Camp sitzt. Dann kann der mir schon mal ordentlich Holz schlagen. Während wir dann hier oben bei der Base, die ich meinte. Das ist die Empty Base. Da können wir dann schon mal anfangen, unser Lager zu planen. Da habe ich mir schon ein bisschen was überlegt. Ach Mensch. Ey, der soll endlich mal die Straße hier gerade machen. Verdammelig. So, eigentlich können wir schon speichern, ne? Ja. Machen wir schon mal. Wer die halbe Folge lang wieder nur rumgelabert, ne? Und aufgeräumt. Typisch. Cool. Eigentlich könnten wir hier gleich nochmal speichern und von hier versuchen. Ich glaube, der hatte hier einen toten Winkel, der Typ, ne? Oh, da rollt ein Stein. Schön. Rolle, Rolle, Rolle. Roll mein Stein. Okay. Und wenn mich nicht alles täuscht, gab es in dieser Base auch noch ein paar Spinte. Und ich glaube, wir hatten einmal sogar ein Blueprint gefunden. Das weiß ich aber nicht mehr so genau. Oh, ne, das war die falsche. Dann müssen wir die für die Entfernung. Pistole und Schrot eher für den Nahkampf. Aber die dicke Base würde ich jetzt ungern rangehen wollen. Jetzt schon. Dann erst mit Pfeil und Bogen. So, gucken, Robin. Ich glaube, hier auf der rechten Seite hinter dem... Was? Bitte, wie das? Guck, guck. Hallo. Du schießt doch. Da hängt er. Haben wir ihn? Aua! Spinst du? Was ist das? Achso, der Tunneneingang. Klar. Bin schon weg. Äh, wat? Hat er mir gerade hier an meinem Auto das Symbol angezeigt? Ne, also den haben wir definitiv nicht getroffen. Versuch eigentlich nur näher ranzukommen, um ihn da wirklich safe runterzuballern. What? Ey, sag mal. Was? Guckt der durch den Baum durch, oder wat? Da! Durch den Baum durch. Das ist doch... Schäm dich! Schätschießer! Ganz ehrlich! Ne, ich versuch's jetzt von der anderen Seite. Sagt unser... What? Hat der mir ne Headshot verpasst, oder wat? Autsch! Autsch! Boah. Nö, dann halt von der anderen Seite. Ausrichtung Tunnel. Da ging es erst noch auf mich schießen, wenn ich gelang fahre. Jetzt wo sie alarmiert sind. Und ich wünsche mir immer noch, dass man die überfahren kann. Moin! Moin! Da müssen sie bitte, da vorne hier standen. Hoppala! Ey! Das Auto kann ich dafür! Puh! Falsche Tasse. Na, kommt! Na, kommt! Weiß gar nicht, kommt die jetzt so, oder? Ne. Die werden campen, ne? Natürlich wissen die immer, wo ich bin. Da muss ich gestehen, das ist eine Sache, die mich immer noch stört. Dass die A durch Gegenstände durchgucken können und B gefühlt immer wissen, wo ich bin. Das finde ich... Na gut, letztens bei dem einen Camp, da hatten wir das nicht so stark. Da haben wir gesehen, dass der eine überhaupt nicht wusste, wo ich bin. Aber hier schon wieder. Durch den Baum durchguckend. Kann nicht sein. Wie soll es denn da rankommen? Und natürlich haben die unendlich Munition. Hä? Na gut, ich könnte mir auch ein Schild basteln. Das wäre auch eine Option. Aber ob das immer noch so ist, wie in der letzten Update-Version, ich weiß es nicht. Dass man dahinter einfach unsichtbar ist, obwohl man direkt vor denen steht. Muss aber gestehen, ich würde es nicht wollen. Würde es nicht wollen, dass ich das mit... Mit Sheet-Using... Äh, nicht Sheet-Using, Bug-Using. Mich da Sheet-mäßig so durchkämpfe. Da muss ich halt warten. Dann muss ich halt, äh, warten, bis der Bogen so weit ist. Ich glaube, da steht jemand drin, oder? Geht so aus, aber ich bin zu weit weg. Ich glaube, da an der Ecke ist er gerade hin und her gelaufen. Einmal hatten wir es auch, das weiß ich noch, da haben wir sie alarmiert. Und dann ist er vom Turm einfach runter her. War ein bisschen witzig. Ah ja, da ist er doch. Ja, ja, ja. Ah, jetzt darf ich wieder nicht zielen, hier. Hm. Jetzt sehen könnt ihr, ob der wirklich noch da ist. Er kann mich ja sehen, ne? Wie immer. He, der ist weggegangen. Da kommt er wieder. Äh. Der ist da genau hinter den Traffic so nicht. Oder? Oh, genau jetzt bewirre ich das nicht, wa? Warte, ich hab ihn erwischt, ich hab ihn erwischt, er liegt. LOL. Der ist doch gefallen. Oder? So ein bisschen kicken. Jetzt haben wir mal noch eine Überlänge. Ich möchte jetzt ungern dann speichern. Doch, ich glaub, der ist hier fallen, ne? Jetzt sah so aus, als wäre der nach vorne gekippt. Dann hab ich ihn vielleicht doch vorhin getroffen. Oder jetzt einfach ein Lacker ihr habt. Richtig schöner Headshot. Ah, siehst du, da steht doch keine. Ich hätte auf den Sitz geschossen. Na gut. Wäre ja auch typisch ich, ne? Ah, aber da steht eh, ne? Wechsel jetzt so. Aber nicht auf die, sondern auf die. Okay. Warte, der hier vorne ist schon nicht mehr alarmiert gewesen. Ich hab ihn grad da rumstehen. Sehen genau den da? Problem ist nur, der wird mich vorher heranschleichen hören, Glubik. Wenn der das überlebt hätte, dann hätte ich ihn Korn gefressen. Ah, wieder zu dick für die Welt, natürlich. Yo! Guck das rein, da ist doch schon doch irgendwo in da. Wann bist du wieder laut? What? Ernsthaft? Danke für die Waffe. Ich weiß, das war jetzt auch Bug-Using, aber was hätte ich machen sollen? Ah, einer ist noch, ja? Wo denn? Ja, mach weiter. Mäuschen, Mäuschen, Pieps am Nye. Wow. Ruhig, Großer. Ja, der ist jetzt näher dran als vorher. Ah! Da hast du dich versteckt, du Kleiner. Piep. Ich hoffe, das ist nicht mehr mit Bug, wo sie teilweise durch die Zäune durchschießen können. Ach, da bist du. Na, warte mal, mein Freund. Du bist aber schon gleich da um die Ecke gelaufen, ne? War aber ein Treffer. Hoffe ich. Wo versteckst du dich? Ja! Schieß weiter auf die Hütte. Das tut mir so weh. Verdammt. Verdammt. Jetzt am Wann. Das sollte jetzt hoffentlich der letzte Wesen sein. Oh, falsche Klare. Noch einmal außenrum. Da gucken wir, wen sie da gefangen gehalten haben. Na ja, komm, nimmst du mit. Also, wenn ich den jetzt da hinten nicht gesehen hätte, hätte ich mich wieder versucht, hier durchzuschlangeln. Durchzuschleichen. Das ist auch neu modelliert worden. Ach Mann, Robin, pass auf, das könnte hier immer noch einer stehen. Was waren jetzt vier, ne? Wenn der da oben wirklich tot ist. Boah, ich hoffe, der hat die Hand irgendwie viel fallen lassen. Und nicht wieder irgendwelche Weapon-Parts. Die ich wieder mal nicht benutzen kann. Was mich echt ein bisschen anfrisst. Ah, ich hätte mal umtanken sollen, wa? Oder den leeren mitnehmen sollen. Einen von denen. Sollen wir es so? Mittlerweile haben wir ja mehrere. Dann will Nova und hier nochmal. Und ein zweites Brokkoli. Jetzt fehlen uns bloß noch zwei Möhren und eine Kartoffel. Noch lieber, wenn wir zwei Äpfel. Wäschlis Äpfel. Das könnte man so falsch verstehen. So, jetzt habe ich ein Problem. Genau. Ich habe Schiss, dass die jetzt neu spawnen. Aber ist mir egal. Dann machen wir es halt nochmal. Dann ist es meine eigene Schuld. Ich hole jetzt unsere Karre. Fahr direkt ran bis ans Lager. Und wie gesagt, ich mache heute Überlänge. Ich will das Ding einmal komplett ausgelootet haben. Bevor ich wegfahre und dann speichere. Nicht, dass da wieder der Bug drin ist. Du speicherst, lädt es neu und die leben wieder. Zack. Da. Und wehe, die sind jetzt neu spawned. Das wäre so übel. Ich muss ja sowieso noch die Spinte dann hier aufladen. Deswegen jetzt hier einigermaßen gerade hinstellen. Äh, auch streng. Ja. Oh, kann man fast gerade bezeichnen. So. Geh nochmal 0,3. Ne. Ach, ich wollte schon sagen. Oh, eine Möhre. Geh mal hin. Ja, ein bisschen Wiffel-Armour. Auch sehr gut. Mal durchladen. So, Tropfen-Diefen-Nahkampf. Und eine Wiffel. Sehr schön. Freut sich die Rachel. Ich glaube, hier waren auch die Autos zerlegbar. Aber da bin ich ganz ehrlich, das ist mir jetzt gerade doch irgendwo Wumpe. Mir sind Gegenstände, wie auch Quest-Gegenstände logischerweise. Und, äh, NPC ist gerade wichtiger. Gott, ich werde nie vergessen, wie ich in der letzten Staffel das Gewehr gesucht habe, was der definitiv hat fallen lassen. Aber es nur so aufgetaut ist. Ah, Blueberry. Ja, Branch kannst du immer mitnehmen. Nee. Nee. So. Oh, drei sogar. Ah. Ah. Mach mal auf die Küste. Kannst du nicht? Haben wir am Auto liegen. Und war mal schnell. Ach Mensch, warte. Na? Kommst du wohl mit? Geht doch. Oh, Gott. Schock. Ich dachte schon, ich habe die nur vorliegen lassen. Moment. Erst mal anders entsetzen. Jetzt zieht es auch wieder bis zum Ende hinaus, wa? Warte, Dings. W-was? Schon wieder? Ich dachte, er war damals leer. Wegen meinem Bug, den ich hatte. War das klar? Ja, aber was ich eigentlich sagen wollte. Ich ziehe es natürlich wieder unnötig lange hinaus, um zu gucken, welcher NPC jetzt in der Ome ist und welcher nicht. Aber egal. Gehe lieber systematisch durch, bevor ich wieder irgendwas vergesse. Oh, komm schon. Mann. Oh. War ein bisschen heiß. Nur ein bisschen. Huch. Ach, damit kann man die O schubsen, ja? Äh. Komm schon. Äh. Ach, Mann. Oh, passt der dritte auf jeden Fall noch da rein. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr. Oben gab es, glaube ich, noch ein oder zwei Koffer. Vielleicht auch mit die Teckisten. Mal gucken. Oh, gut. Weißt du, in der letzten Staffel habe ich sie gar nicht herausbekommen, da habe ich sie einfach zerlegt. War vorletzte? In einer der vorigen Staffeln. So. Na? Wo hängst du denn jetzt? Testfahrt. Ist okay. Ah, ein bisschen Anfahrtschwierigkeiten. Oh, Ausfahrt verpasst. So, weh, du bist jetzt nicht tot, Junge. Ach, nö. Nicht Käthe. Ah, gut. Vielleicht hat die ein paar schöne Quests. Moin. Yo. Nahkampf und Guntrend und Sniper. Ja, toll. Dazu bräuchte ich auch mal einen Sniper. So, dafür, dass wir meine Weste kaputt geschossen, dann habe ich es wenigstens eine neue gekriegt. Die das war. Hm. Ich meine, gut, wir haben Maissaat. Ja. Bringt uns jetzt momentan allerdings noch gar nichts, weil die Farbe halt natürlich erst dann, wenn die Base steht. Oder wenigstens, äh, der Anfang gemacht ist von der Base. Wenn wir da noch endgültig umziehen. Aber ich muss sagen, das ist jetzt ziemlich enttäuschend gewesen. Hm. Komm schon, ich habe die Feder gesehen. Lass mich hoch da. Danke. Jo, perfekt. Der Nebensprung. Kann sonst keiner so gut wie ich. Was sagt man, der da oben? Ach, dann ist der gar nicht gestorben. Der ist runtergerannt. Das war der letzte da hinten, den wir erledigt haben. Der hatte auf jeden Fall was Rötliches an. Hm. War schon ein bisschen doof, ne? Die da oben mit der Sniper. Man hat die Sniper auch schießen gehört. Und bekommen tust du eine Wiffle. Hm. Nicht mal ein Rucksack oder so, ne? Also ich muss gestehen, das war jetzt... Gut, wir haben es einmal gemacht. Ja. Aber... So richtig lohnenswert fand ich das jetzt nicht. Nicht ganz ehrlich. Na ja. Fahr mal zurück, ne? Ja, lenkt sich jetzt ein bisschen schwerer. Da würde ich erstaunen. Also ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war von den Entwicklern. Aber ich habe so das Gefühl, dass es wirklich so in Absicht so programmiert wurde. Je mehr du hinten drauf hast, desto schwerer lenkt sich die Karre. Und das ist, muss ich schon gestehen, wirklich erstaunlich, dass auf so ein Detail geachtet wurde. Klar, das Spiel ist noch lange nicht fertig. Es sind noch viele Sachen, die erstmal gefixt werden müssen. Aber dennoch, das hier funktioniert. Oder ist es wirklich ein Bug und die lassen die drinnen, weil es irgendwo doch Realismus simuliert. Gut. Und dann, solange wir unseren Bogen noch nicht haben, gäbe es natürlich noch die Siedlung. Vielleicht eventuell sogar noch in Richtung Mine. Da könnten wir ja uns wieder schön von hinten heranschleichen. Also dieses Banditencamp da. Aber fest steht, Gott ist mal wieder im großen Lager. Da, wo ich ihn gar nicht haben möchte. Okay. Käthe hat keine Quest. Hm. Alter. Zu quatschen? Grüß dich. Du willst auf irgendwas schießen. Alles klar. Die wäre auch eine Wiffel. Wisst ihr, wie teuer die sind? Problem ist nur, ich habe keine Muni dafür. Können wir nicht einfach die hier geben? Ach, die nimmt sie auch. Hier? Bitteschön. Wird aber ziemlich laut scheppern, wenn hier mal Zombies kommen, ne? Egal. Nahkampfwaffe hier. Bestmachschläger? Ja? Nein? Vielleicht? Hm. Okay. Speer? Ne? Ja? Auch nicht? Ne? Okay. Blöde Kuh. Na gut, ihr Lieben. Ähm. Ich würde sagen, das war es erstmal für heute. Schade, dass du noch keine Quests hast. Oh, es dauert. Ich habe doch gesagt, wir machen Überlänge, ne? Nein, natürlich nicht. Es wird jetzt nochmal in-game mindestens einen Tag dauern. Vielleicht noch einen zweiten. Oder einen Teil vom zweiten. Ist die Haut trocken? Bis dahin sollten auch die Gedärme trocken sein. Ach, wir warten doch eigentlich bloß noch auf die Gedärme. Stimmt, wir haben da schon einen Taktik, äh, Dingensbomensier wischen, was ich meine. Dann wäre es höchstens noch eine Option, dass wir jetzt sagen, wir gehen jetzt nochmal immer ordentlich Hühner, äh, äh, schlachten. Immer wieder mal Hühnerjagd. Wolle, die können das nicht machen. Das ist echt blöd, dass wir jetzt selber das Holz schlagen müssen die ganze Zeit. Bis wir es Gott haben. Ne, wisst ihr was? Wir machen das anders. In den nächsten Folgen, ich schreibe es mir gleich auch, bevor ich es wieder vergesse, werden wir hochgehen zur Empty Base, da schon mal anzeichnen, da zeige ich euch schon mal, wie ich mir das so ungefähr gedacht habe. Da wird bestimmt locker mal einen Tag dran vergehen, wenn nicht sogar zwei, je nachdem, wie lange wir dafür brauchen, ob noch ein Nebel kommt und so weiter und so fort, weiß ich natürlich alles noch nicht, müssen wir mal gucken. Und wenn das dann soweit ist, kommen wir zurück, machen uns die Burgen fertig, gehen dann ins Banditencamp, in das große, da oben auf dem Berg, machen, äh, äh, Machen das platt, holen uns endlich den Scott da raus, in die Militärkisten und die, äh, ganzen Spinte und was nicht alles. Und das können wir dann gleich schon mal rüberfahren in die Empty Base. Und dann würde ich hier immer, wenn ich mal hier bin, irgendwas hole oder was auch immer, oder hier mal langfahren muss, weil ich wieder Metal Scraps und Components brauche, was auch immer, hier immer schon mal einen Teil mitnehmen. Natürlich, nachdem wir schon mal einen großen Umzug machen, aber nicht, dass ich jetzt alles hin und her frachte. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das war letztes Mal so anstrengend und davor auch. Aber gut, ich würde sagen, das war's für heute. Es spät. Sagen wir gehen pennen, essen nochmal vorher was. So. Also ich bete mir das nicht ein, die Sachen verschwinden wirklich denn nicht. Ah, ich weiß nicht, ich wollte eigentlich was essen. Hier hast du eine Würfel und hier noch eine Shotgun. Kannst du dich wieder zukleistern hier. Ah, das räume ich nachher auf. Wir gehen pennen. Oder? Haben wir es morgen? Weiß nicht. Ich starte halt den Tag mit euch gerne in der nächsten Aufnahme, immer. Oder andersrum. Die nächste Aufnahme starte ich mit euch gerne mit dem nächsten Tag. So, schon mal hier hinstellen, dass ich beim nächsten Mal dran denke. Ah. Hauptsache, die Zombies zerschlagen mir die Dinger nicht, weil sie eben im Weg stehen. Das wäre natürlich blöd. Achso. Eine Sache mache ich noch, bevor ich es vergesse. Achso. Ja, alles gut. Die wollte ich sowieso eigentlich immer hier drinnen lassen. Habe sie nur irgendwie noch falsch abgelegt gehabt. Dann hätten wir hier noch Platz für eine Beef Can vielleicht. Ach, die habe ich vergessen aufzubrauchen. Nein. Hm. Jut. Das war's jetzt. Klappe zu. Affe tot. Stell mich schon mal hier hin. Dann wird jetzt hier gespeichert. Ich bin der Fall, dass wir beim nächsten Mal gleich schon wieder mit Zombies zu kämpfen haben und wir dann erstmal ordentlich Krabwumms da draußen hören, weil wir zwei bewaffnete Strohpuppen haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schattet einfach morgen wieder rein. Ciao. Ciao. Vielen Dank.